Musik So und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu heute abendem Video. So, ähm, denn, ähm, erstens, ich hab den Stream ja nicht, also Streamen nicht mehr geschafft, also ich werd's auch nicht mehr schaffen zu streamen, weil ich dann auf jeden Fall bald ins Bett gehe, weil ich ja um 5 Uhr aufstehe, um zu duschen und so und deswegen muss ich, äh, für morgen alles fertig sein. Ähm, es ist so, ich geh ja und ich werde morgen, morgen bin ich, ab morgen fahren wir, ähm, fürs Wochenende weg, also am Sonntagabend, also am Sonntag, ähm, am Sonntag bin ich dann wieder daheim. Ich weiß aber nicht, wie lange, wie viel Uhr ich dann zu Hause bin, ähm, am Sonntag. Das heißt, es gibt am Freitag, also morgen und Samstag, kein Stream und auch keine Videos. Das heißt, ähm, dieses Video, das ihr ja jetzt seht, ähm, oder, keine Ahnung wann ihr ihn seht, wenn ihr den Freitag seht, dann ist es von gestern, also, also das, was für Freitag ist, habe ich für heute gestreamt. Und die, die es noch heute noch sehen, dann sind sie, dann, ähm, ja, wissen die auch heute dann schon Bescheid. Und ich habe, ich habe auch ein bisschen, bisschen, ähm, mit dem Pferd hier reingemacht. Ihr habt das gesehen hier, ist es auf Level 4, ähm, vielleicht wäre er jetzt auf Level 5. Und ja, und, ähm, wie gesagt, am Sonntag, dann mache ich es so, dass ich, wenn ich am Sonntag wieder da bin, dann, dass ich dann, ähm, Koras Wunsch, ähm, erfülle und dann wir Graffiti-Phones zusammen alle spielen. Dann können diejenigen, die zum Beispiel, ähm, kein, oder keine Lust haben, auf den PC zu gehen, dann können sie auch über Handy auch Graffiti-Phones spielen. Das ist halt praktisch. Deswegen, ähm, wenn wir Graffiti-Phones zusammen spielen und, ja, das habe ich dann euch dann am Sonntag vor. Und ich habe ja in den ganzen, äh, ganz, ich habe ja die ganze Woche Urlaub. Das heißt, ich habe jetzt auf die Streamer Zeit für euch und, äh, kann ich mehr Content rausbringen und solche Sachen und, ja, mal schauen, was ich so an Content, äh, mache. Aber mal schauen. Aber ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen Tag. Das ist die ganze Info, was ich euch gebe. Wie gesagt, ab morgen, ab morgen gibt es keinen Stream. Erst ab Sonntag wieder. Also es gibt zwei Tage kein Stream und keine Videos. Das ist alles nur, was ich euch dann Bescheid gebe. Und ich sage mal, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und wie gesagt, ähm, wir sehen uns und hören uns auf jeden Fall spätestens am Sonntag wieder. Abend, denke ich mal. Aber mal sehen. Ihr werdet ja früh genug bemerken, wenn ich dann, ähm, ja, Graffiti-Phones vorhabe zu streamen. Also dann wünsche ich euch ein, wünsche ich euch ein wunderschöne Woche, ein schönes Wochenende und macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020